Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin hier in Mainz, das sehen wir hier im Hintergrund, ich muss aufpassen, dass ich keine Leute draufkriege, am Mainz-Strand. Ja, wir kennen das alle, ist ein bisschen, vielleicht geringfügig pervers, Samenspender. Also ich spende jetzt hier keinen Samen, ja, habe ich jetzt keinen Bedarf dran, aber ist doch schon ein bisschen, also, ne, aber was ist das genau? Ja, da, der Jürgen hält es mir ins Bild, ähm, ich kann es nicht lesen, es ist spiegelverkehrt. Hummelwellness. Bienenblühmischung, also was für unsere Haustiere, die dafür sorgen, dass wir überleben können. Genau, weil Bienen sind ja ziemlich wichtig, äh, ohne die Bienen werden wir ziemlich aufgeschmissen, deswegen gibt es dann den Samenspender. Also ich spende jetzt hier keine Samen, nicht bei den Menschenmassen, die hier unterwegs sind. Ihr dürft gleich aber mitnehmen. Ja, ich nehme das mit. So, eingesteckt. Also, in diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch was, bis zu einem meiner nächsten Videos. Ciao, macht's gut, euer Sven, hier von der Samenspenderbank. Danke.